Ich finde, eine Runde können wir noch, oder? Und dann ist gut. Gut, das kann ich nicht zeichnen. Ich kann das nicht zeichnen. Alter, was? Ne. Pfff, ja keine Ahnung. Das ist kein Schimmer. Was du zeichnen sollst, steht eigentlich Please Draw so und so bei dir im Browser. Direkt. Sollte zumindest. Hoffentlich. Oder du hast noch keine Ahnung, wie du es zeichnen sollst. Okay. Dann ist ja alles schön. Ähm, vielleicht auch nicht. Das V unten verwirrt mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist das aber auch nur irgendwas. Ich bin mir nicht sicher. Ach ja. Ah, die Signatur. Natürlich. Es gibt trotzdem einen Bonuspunkt für V the Visitors. Großartige Miniserie. Okay, das war's offensichtlich nicht. Schade. Warum hat eigentlich, äh, niemand Donald Trump geschrieben? Hätte auch gut gepasst. Drawn on eyebrows. Ach, drawn on. Ah, okay. Aufgemalte Augenbrauen. Ja, meine Güte. Gott. Ja, das habe ich einfach total falsch interpretiert. Ja, das habe ich einfach total falsch interpretiert. Nehm. Entschuldige, was quasi Sinn macht. Jetzt. Ich weiß ja nicht. Hm. Pikachu? Ich weiß ja nicht. Hat für ein Pikachu hier irgendwie so einen komischen Auswuchs. Ich bin mir nicht sicher. Wie eine Maya goes to hell. Hm. Verdammt. Verdammt. Das könnten zwei sein. Eins davon ist es. Definitiv. Und das andere ist einfach nur... Ich weiß jetzt schon, ich nehme das Falsche. Verdammt. Ich wusste, ich nehme das Falsche. Verdammt. 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 Und dann ist es total Flying Devil. nicht? Okay. Dann werde ich bei beiden falsch gelegen. Dann ist es auch okay. Ernsthaft? The Desolation of Smog? Niemand? Niemand hat das Falsche bekommen. Niemand hat das Falsche bekommen. Okay, dann. Ah, kleine lustige Anekdote dazu. Als der Hobbit Smogs Einöde lief, hatten wir irgendwie ein Problem mit der Länge des Filmtitels und bei uns auf den Karten stand der Hobbit Smogs Ei. Und das war's. Für einen Öde hat es nicht mehr gereicht. Was? 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 Was ist das? Ich habe viele Ideen und alle davon machen aber auch gar keinen Sinn. Wie im richtigen Leben. Okay, hier ist deine Wahl. Was? 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 Was haben alle? Ah! 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 Tja, macht halt auch gar keinen Sinn. Ich hatte doch echt gar keine Ahnung. Ist das echt Star Magnet Puppyhead? Nicht ernsthaft, oder? Ist doch nicht wahr, ey! Gute Sachen, gute Sachen. Ist nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Unglaublich. So, ich habe glaube ich nichts gekriegt in dieser Runde, oder? Ja. Das ist okay. Okay, unser nächstes Bild. Oh Gott, ähm. Oh Gott, ähm. Okay, es ist so einfach. Hey! Hey! Ah! Ah! 35! Vielleicht auch nicht, ich bin mir nicht sicher. 30! Ich war mir nun gerade nicht sicher, wie der Begriff auf Englisch heißt. Hab's kurz nachgeschlagen, deswegen war das so... Oh okay, es ist so einfach. Es übersetzt sich so einfach vom Deutschen ins Englische. Aber wahrscheinlich ist es absolut nicht das, was ich erwarte. Was? Was? Achso, nein. Äh, oh Gott, ich bin total verwirrt. Ähm... Ich weiß gar nicht, was ich... Okay, das war's offensichtlich nicht. Schade. Dann... Winner of a giant check. Verdammt, ich war mir echt nicht sicher, ob ich Winner of a million dollars oder Winner of a giant check nehme. Dammit! Das hätten 1000 Punkte sein können. Nun ja. Egal, passt schon. Aber auf jeden Fall eine deutlich angenehmere Runde als eben. Uh! Puh! Hahaha! Puh! 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 Ich bin gibberisch, wenn du musst. Naah, tut 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 tut. Hier sind deine Wahl. Es sind eigentlich nur zwei Sachen, die es sein können. Aber wobei, vielleicht auch drei. Ist es am Ende, wenn es am Ende Gross Thumbs ist? Nee, macht gar keinen Sinn. Verdammt, Alter. Okay, ist das nicht zu erwarten? Tatsächlich Gross Thumbs? Das sieht... was? Was? Ich meine... Das, äh... Wie soll man da bitte drauf kommen? Und? Schreib jetzt einen überzeugenden Titel! Jetzt! ... ... ... ... Okay, here are your choices. Alter. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Aber Props für Asset Flashback. Das macht alles gar keinen Sinn. 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 Was? Das kann man nicht raten. Aber das kann man auch nicht raten. Vergesst es. Vergesst es. Ich weiß selber nicht mehr. Achso. Doch, ich weiß wieder was das war. Aber ich hatte gar keine Ahnung. Ich hatte gar keine Ahnung. Aber das ist ja nichts Neues. Den Fleck oben könnt ihr übrigens ignorieren. Der ist durchgestrichen. Die Vernunft ist leicht geblieben. Ich bin grad hart unmotiviert. Mal gucken. Ich hatte leider echt gar keine Ahnung, wie ich Jamhands malen soll. Das, ähm, ne. Jamhands war einfach... Also, Hands, klar, aber Jam... Ich hab erst oben überlegt, ob ich ein Glas Marmelade male, und dann war ich leider total raus. Ja, lustigerweise niemand war total zu erwarten. Aber das war auch echt echt. How the hell, ey. Uh. Slither macht sich. Ah, wir haben noch eins. Oh Gott. Hey! Verdammt, ich hatte noch was anderes Gutes, aber egal. Was zur... Wat? Opernsänger? Siehst du da einen Opernsänger drin? Ich bin da ja... eher unschlüssig. Was? Was? Gott. Gott. Traurigste Weihnachtsbaum aller Zeiten. Ja, dass es das nicht ist, war irgendwie klar, aber egal. Ernsthaft? Cinnamon Roll Bracelet? Okay, auf das Bracelet hätte man vielleicht noch ein bisschen kommen können. Ja, okay. So mit ganz viel Fantasie. Okay, es müsste ein Slither gehen, oder? Wenn es dich noch verkackt hat. Na, in der Tat. Ach, so krass, sogar drei Leute. Verrückt. Trigress, du räumst auch immer irgendwie... ...ne? Die Likes ab. Äh, noch eine Runde machen wir nicht, oder? Äh, ganz ehrlich. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, es reicht. Ja, es reicht. Ich glaube, es reicht. Vielen Dank.